Hochmut, Kaffir, Rollos, Völlerei, Nein, Sorn, Krieg, Ein... Alle sind wir Opfer dieser sieben Todsünden. Ich heiße Adamo, wie dieser beschissene Schnulzensänger. Und ich bin ein Motherfucking-Gangster. Hör zu, Mann! Das Christentum ist Windows. Der Islam ist Epic, weil Epic die Zukunft ist, kapiert? Wir waren die Gangster von 2020 an Werden. Wir waren wie die Ninja-Turtles oder die vier Musketiere. Und solange wir zusammen waren, konnte uns keiner was. Warum heiratet ihr eigentlich nicht? Also wirklich, das ist doch voll perfekt. Hey! Sorry, aber was sagt ihr da? Ihr seid wie meine Familie. Sie ist wie eine Schwester für mich. Wie läufst du eigentlich rum? Was denn? Du siehst aus wie ein türkischer Geschäftsmann. Nur die Glatze fehlt. Hey! Ich bin Unternehmer. Ich benutze mein Gehirn, um was aus mir zu machen. Jetzt geht der Unternehmer was unternehmen. Schaut ihn euch an! Antwerpen ist die europäische Kurshauptstadt. Was sich die ganzen Superwichtigen der Stadt durch die Nase ziehen, das ist unglaublich. Das Zeug war weißes Gold und wir verdienten Kohle ohne Ende. Das ist purer Shit! Direkt aus Kolumbien! Kolumbien! Gangster von Leid! Hey, fick dich mit deinem peinlichen Händen! Hey, was soll das? Mach dich fertig! Ich bin jetzt der Boss in diesem Verfickstil! Marokkaner sind irre, das weiß die ganze Welt. Aber holländische Marokkaner? Oh shit! Gang dir doch mal ne dicke holländische Durche! Oh, 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 oh! Das ist meine Gucci-Cat. Ich fürchte, wir haben ein großes Problem in Antwerpen, mein Sohn. Es gibt einen Maulwurf unter euch. Wir haben keine Verräter in unserer Familie. Da bin ich mir sicher. Das ist der dritte Weltkrieg! Diese verdammten Hurensöhne! Entschwärme meiner Mutter! Halt ihn mit aufs Verdammt! Sticht eigentlich wirklich auf ihn? Das ist meine Sache. Das ist mein Zeug! Wie Jasper ist colour graspilt. Komm! Tony Montana, klarer Cut!